so freedom 2 map 5 was auch immer das jetzt für eine map ist eine map die ich bis heute nicht ganz verstanden habe ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Durchschieß doch, ich hab überall hin. Das ist... Ich geh jetzt gleich einfach. Das ist illegal. Ja, komm. Okay. Sieht aus, als hätten wir es. Ja, wenn man das wieder nochmal aktiviert, ich hab den Kaffee, keine Ahnung. Deswegen, es gibt hier so ein paar Sachen, da blicke ich nicht ganz durch. Aber ich hoffe einfach, das ist auch nicht weiter wichtig. Hat hier noch was? Wow. Achso. Ich kann jetzt nur die Kaffee sammeln. Sehr schön. Dann gehen wir nicht mehr. Dann lass das alles hier. Äh, ist doch egal. Ja, genau. Mach du dir erstmal alles platt. Lass das trotzdem in deine Arme. Natürlich, außer natürlich, du schaffst das nicht. Vollidiot. Ich hab eigentlich noch meinen Gamma drin, oder? Das ist wirklich so hell. Nee. Das raus. Oh ja, der weiß. Ja. Ich hab jetzt auch ein Pasma-Wifel. Wir haben einen Pasma-Wifel. Wifel-Association, oder? Keine Ahnung, wie das aufgesprochen wird, ich hab absolut kein Plan. Ah. Das ist das Secret, das finden wir noch nicht mitnehmen, aber hoffentlich trotzdem später dran denken. Das wär mir sehr schnieke. Das war's. 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 Digger, wie kommt die da durch? Ich dachte, das Gitter geht jetzt noch ganz unten. Falsch gedacht. Danke, danke. Wow. Alter, die geht jetzt hier ab. Ah, das kann ich mich gar noch erinnern. Geht sie nicht noch weiter? Oh, das habe ich tatsächlich schon wieder mit was anderem. Achso, muss ich Knopf drücken. Wo ist denn der? Da. Wow! Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fuck! Hä, wo ist er dahinter? Ah, klar, ja. Wie wohl. So wie man die Feldung immer fortbewegt. Ninja-Style. Danke. Danke, Stockton, das ist das Sequel. Ich wollte nur verarschen. Hm, wusste ich's doch. Danke dafür. Ist doch nicht blöd hier. Hab doch studiert. So, da geht's tatsächlich auch nicht weiter. Okay. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich habe gehört. You guys think we're gonna make it happen? Das war's. Nice. Der Dude gefällt mir. Na ja, rollen wir auf. Räumen wir erstmal auf, dann mach ich das leichter. Ach, das stimmt doch schon wieder gleich. Der rennt aber auch immer einfach direkt drauf los, ist ja hier nicht draus zu halten. Ich will nicht wissen, zu welcher Militärspiel der Typ gegangen ist, ganz ehrlich. Die Aufbildung ist echt. Witzig. Na gut, ich komm da mal langsam nach. Na ja. Na ja, ich spiele. Nice, das gefällt mir. Ich gucke mal, ich weiß nicht. So, ja, das ist ne Falle, keine Angst. Ihr habt recht gehabt. Na ja, ich gehe mal. Ach, du kannst mehr. Mach, du kannst mehr. Mach! 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 Ich habe mir nicht noch einen Hellnet oder von was? Hätte ich schwöre, dass er noch einen Hellnet kam oder war das hier? Ja, auch nicht. Man konnte hier irgendwas auslösen, aber es ist ein Hellnet kam. Also kein Plan mehr, was das war. Naja, ist doch egal. Gut, wir haben den gelben und den blauen Schlüssel. Damit können wir jetzt alle Türen öffnen. Okay. Nichtsdestotrotz gehe ich hier noch mal sehr lang. Hier warten wir noch. Okay. Wer hat denn denn dieses Ding da geöffnet? Der war doch unerwartet. Da muss er doch auch noch auf den 20 Ecken denken. Oh, gut. Ah gut. Ach, das war trostnötig. Wow. Hä? Möchtest du mal? Ach ja, genau, das war das Ding, was ich nie verstanden habe. Hä? Ah. Ah. Wow. Hä? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier gerade los ist. Alle Tore? Jetzt baut sich gerade was rein. Das möge uns nicht interessieren. In dem Sinne, attiv die Giacci und fangen an an. Somit voll. Ja?